Das geht hoch bis zur Staatsanwaltschaft. Und der Verfassungsschutz, die sind auch schon dran. Was? Ja, kannst du glauben. Die haben sich ja der Hund hingeschickt. Quatsch. Ja, weil die den Typen auf dem Plakat, die haben den so übermalt, dass der ausgesehen hat, wie der... Na, Mensch, wie da hier... Ich komm jetzt nicht drauf. Na, Mensch, der Österreicher aus der zweiten Welt kriegt der. Der Rennfahrer. Nein, Mann! Du machst mich wahnsinnig. Der Österreicher aus der zweiten Welt kriegt, da gab's nur einen. Mensch, der mit den Scheide und den Pärchen hier, Mann. Das kenn ich nicht. Der kennt jeder. Das versteh ich nicht. Du sitzt nur daneben und guckst und wehst nichts. Ich komm jetzt nicht drauf, Mann. Ach, der... Das riecht mich auf. Ach, Mann, nee. Da gab's da auch ein Bücher von denen, Mann. Ich kenn den nicht. Ich drehe durch. Den kennt jeder. Der mit dem Pärchen und den Scheide hier, Mann. Der Österreicher. So dämlich kann man doch ja nicht sein, Mann. Nee, nee. Hallo? Ja? Ach, grüß dich. Ja, muss. Ja, muss. Und selber. Bestens. Ja, frag ruhig, frag ruhig. Wie wer aussieht? Ob ich mich ein kenne? Ein Österreicher. Aus dem zweiten Weltkrieg. Ach, du meinst jetzt nicht den Rennfahrer, oder? Seitenscheide. Bärchen. Du, du, ein Sagheit, ist es gerade ganz schlecht. Wir sitzen gerade beim Abendbrot, weißt du? Ja, es ist gut. Mach es gut, mach es gut, mach es gut. Mach es gut.